Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der zehnten Folge von Dragons Ausstieg vom Berg. Wir bekommen 2500 und ich glaube, das geht ja sogar ins Postfach. Genau, tut es auch. Dann hier haben wir drei neue, nee, vier neue Events. Und, ja, Pakete halt. So, dann hier haben wir noch einen Spieß- und Lauf. Da gehen zwei Tage los, wieder ein Spieß- und Lauf-Paket. Das wird wieder nice, darauf habe ich schon richtig Bock. Dann machen wir das Lager hoch. So, jetzt können wir hauptsache ordentlich was lagern, den beiden Lagern. Hier können wir wieder neu losschicken. 20.000 Holz ist schon ganz gut, damit können wir was anfangen. Weil, damit müssten wir, genau, wir können jetzt erstmal das hier hoch machen. Und, dann schicken wir die wieder los. So, so und so. Für den Fisch können wir, ach so, das haben wir schon. Gut, dann schicken wir irgendjemanden zum Holz, suchen die Frage ist wen. Wir haben ja keinen anderen richtig guten Holzsammler zur Zeit. Da müssten wir Funkenhüßel trainieren. Der wäre halt noch gut. Das können wir ja mal demnächst machen. Dabei, dann schicken wir erstmal den los. Wobei, der hier ist doch ein guter Holzsammler. Brauchen wir doch nicht losschicken. Nehmen wir den Kollegen. Der kann erstmal gefüttert werden. Ich brauche den Fisch sonst nicht mehr. Ich brauche nur noch Holz. So, dann haben wir noch irgendjemanden, der gefüttert werden kann. Mh, ne, doch. Sogar sehr teuer. Ja, es reicht nicht mal. Ist ja schade. Naja, gut, müssen wir später nochmal füttern. Müssen wir den Krallenkrabbeler später nochmal füttern. Dann, hier, in einem Tag ist es soweit. Da müssen wir noch gucken, wie viel kostet das. Das kostet 90.000. Das wird noch nichts werden. Na, da bräuchte ich mir noch. Ich meine, lagern können wir es. Aber wo wollen wir den hinstellen? Wir haben hier keinen Platz mehr. Wir müssen den halt dann echt irgendwie... Außer wenn wir das Haus halt wieder wegkriegen. Aber hier unten haben wir auch nirgendwo vier Plätze. Aber ich habe es gefunden. Ich habe was gefunden. Das können wir hier hinpacken. Jetzt. Na los. Komm. Jetzt. Dahin. Und damit haben wir hier Platz für den Drachen. Das passt ja dann schon mal. Sehr schön. So, dann öffnen wir erstmal das Gratis-Paket. So. Haben jetzt auch schon 317 Odins-Marken. Das geht auf jeden Fall gut voran mit den Odins-Marken. Hier bekommen wir Holz auf jeden Fall. Das ist gut. Das brauchen wir jetzt für 90.000. Und wir öffnen gleich noch das zweite hinterher. So, da haben wir nämlich die Odins-Marken. Und wir bekommen wieder Holz, Fisch und vor allen Dingen nochmal Runen. Sehr schön. Dann schicken wir die wieder zur Reise los. Ah, leider noch nicht ganz fertig. Das ist schade. Aber naja. Schicken wir es halt so nochmal los. Vielleicht bringt es uns noch irgendwas Sinnvolles. Vielleicht, glaubst du auch. Der ist auch noch nicht fertig. Oder die, eher gesagt. So, schickt mal wieder los. Gratis. So. Dann. Haben wir hier noch 3 Pakete, die wir öffnen können. Haben wir jetzt auch ordentlich Trophäen schon. Wird auf jeden Fall weitergehen. Aber wir haben schon mal ein paar. Und das letzte Paket. Hier kriegen wir noch. Naja, gut. Donner-Trommler-Kandalt hoch. Und Flüsterner-Tod. Flüsterner-Tod Level 5. Und Donner-Trommler Level 6. Das ist schon mal sehr gut. Könnte man vielleicht mal mitnehmen. Theoretisch wäre es ein guter Heiler auch. Und er macht theoretisch vielleicht auch ganz guten Schaden. Müsste man schauen. Dann haben wir hier noch das fertig. Eret hat man ja im letzten Video. Und konnte man ja glücklicherweise noch nutzen. So. Genau. Handeln. Dann gehen wir hier rein. Hier kann man auch wieder was einsammeln. Wieder ein bisschen Event. Items. Wir müssen auch theoretisch jetzt genug Holz zusammenbekommen, oder? Nee, natürlich nicht. Fisch kriegt man davon genug zusammen. Hm. Jo. Fisch haben wir genug. Sehr schön. So. Dann. Was haben wir denn noch? Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal Fisch. Können wir auch einsammeln. Können wir mitnehmen. Genau. Brauchen wir nicht da drinnen bleiben. Dann können wir mal probieren. Vielleicht schaffen wir ja die nächste Flotte noch. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber vielleicht haben wir ja Glück und schaffen das. Wäre schon ganz nice. Aber mal schauen. So. Dann geht's los. Und wir gehen hier rein. Dann müssen wir am besten erst das eine Schiff hier wegkriegen. Und zwar das da. Das so oft schießt. Weil das macht uns wahrscheinlich am meisten Probleme. Und das war so sinnlos. Der zweite Schuss. Egal. Die holen das schon irgendwie. Am besten ich leite die dann hier runter. Ja. Dann geht mal da hin. Und anledigt den Rest. Genau. Ja. Ihr macht das sehr gut. Damit ist nämlich das große Schiff auch gleich schon zum größten Teil weg. Genau. Sehr gut. Und jetzt müssen wir nur noch den letzten Rest machen. Aber das sollen wir auf jeden Fall schaffen. Ist ja auch nicht ganz so schwer. Also wird auf jeden Fall was Gutes werden. Und da haben wir wieder gewonnen. Wieder drei Schlüssel. Sehr schön. Wenn das so gut funktioniert. Und wenn nicht verlieren. Ich meine es wird ja auch wirklich erst schwer. Wenn die roten Schiffe dann kommen. Erst dann wird es richtig schwer. Vorher ist es eigentlich ganz entspannt. Deswegen nice. So. Da sind wir zurück. Und wir haben die drei Kisten. Sehr schön. Runen sind auch wieder dabei. Haben fast 600 Runen. Damit könnten wir. Oder? Hakenzahn. Ne. Hakenzahn kostet 1000. Ne. 1500 sogar. Wieso sieht das Ei von Hakenzahn so komisch aus? Das ist halt das einzige Ei, was irgendwie nicht an die Farbe angepasst ist. Das ist der Drachen. Ja hier müsste ich halt erstmal das noch kaufen. Und wenn wir das dann geholt haben. Können wir ja auch glücklicherweise. Beziehungsweise. Können wir dann halt auch schon in den ersten Legendären ranholen. Das wird halt auch nice. So. Da haben wir auch die Aufgabe mit dem 45. Ne. 60.000 Holz fertig. Und ich würde sagen. Wir gehen jetzt ins Raufen. Oder? Ja. Mach mal einfach mal. Und let's go. Schauen wir doch mal wie das wird. Ob wir hier gewinnen, verlieren. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Ich meine, wir wollen ja die Trophäen haben. Wir wollen ja Fortschritte ziehen. Und diesmal auch vielleicht ein bisschen weiter mit den Trophäen kommen, als auf einem alten Video-Account. Aber mal schauen. Gut. Dann greifen wir erstmal Peitsch und Schlag an. Und dann greifen wir noch mit Fleischklops an. Genau. Einmal so. Jetzt lohnt sich natürlich die Vierer-Attacke von Onizan nicht. Und vom Riesen auf den Altraum die Dreier-Attacke auch nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber naja, kann man jetzt nicht ändern. Gut. Der geht auf den. Ist in Ordnung. Ähm. Dann machen wir den so weg. Nummer 1 ist weg. Dann holen wir uns jetzt den Skrill. Weil der macht ja auch relativ viel Schaden. Vor allen Dingen am Riesen auf den Altraum. Ah, das ist nicht gut. Wir brauchen die 5-Attacke von Fleischklops. Die 5-Attacke von Fleischklops wäre schon sehr sinnvoll. Und am besten, ich mache jetzt das hier. Wieso trifft denn sowas nicht? Na gut, wir haben trotzdem 5. Natürlich wird es wieder verschoben. Wir haben doch keine 5. Ey Mann, das darf nicht immer verschoben werden. Das ist gar nicht gut. So, der ist auch fast weg. Und jetzt wird er gleich weg sein, oder? Ne, ist er noch nicht. Dann machen wir das einmal so. Und dann einmal so. Damit kann der Skrill sich jetzt mal bitte selbst vernichten. Genau, sehr schön. Und du kannst dich bitte selbst einschläfern. Ja, sehr schön. Hauptsache ein, was macht er richtig? So. Dann nochmal. Und jetzt bitte noch einmal selbst einschläfern. Das wäre schon ganz lustig. Geben wir uns hier nochmal Stärke. Und egal, was er jetzt macht, er hat verloren. Gut, er tötet sich aber nicht selber. Das ist auch in Ordnung. Und damit haben wir gewonnen. Das heißt, wir bekommen 30 Trophäen. Und, ah, leider nur ein normales Paket und nichts besseres, aber trotzdem in Ordnung. Gut, dann lassen wir das Paket öffnen und gehen gleich in den nächsten Kampf rein. Diesmal gehen wir zu den 1900 Trophäen vielleicht, wenn wir Glück haben. Wäre schon ganz nice. Ich schätze mal, das werden wir auch schaffen. So, wir gehen zuerst auf den Skrill, dann auf den wahnsinnigen Zipper und zuletzt auf Fleischklops. Also in der Reihenfolge, wie sie gegenüberstehen von uns. So, der geht auf den, das ist in Ordnung. Dann machen wir das so und so. Und mit Schwäche sollten wir ihn eigentlich wegbekommen, theoretisch. Ja, oder auch nicht. Na, werden wir sehen. Doch, hat gereicht, sehr gut. Und jetzt ist auch weg, genau. Das ist nie so schön. Aber gut. Wir können mit Fleischklops auf jeden Fall die 5 Attacke machen. Die Frage ist, auf wen setzen wir die? Ich schätze mal, wir setzen die auf dem riesenhaften Alptraum. Ich schätze mal, der wird sich jetzt selbst vernichten, denke ich jedenfalls, oder? Ja, sehr gut. Und bitte, ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann machen wir das jetzt hier. Und was würde jetzt eigentlich passieren, wenn die Uhr nochmal spiegelt? Dann spiegelt sich das dann hin und her und hin und her und hin und her und das trifft niemanden? Oder was passiert dann? Naja. Gut. Dann holen wir uns jetzt noch Fleischklops. Ist auch gleich weg. Und zwar genau jetzt. Genau. Sehr schön. Nächster Kampf ist auch gewonnen und das Spiel hat sich auf... Och, nö, weil das Spiel abgebrochen hat oder abgebrochen ist, eher gesagt. Zählt das jetzt als verloren? Mann, das ist doch blöd. Naja, gut. Müssen wir halt jetzt gleich nochmal gewinnen. Ich meine, eigentlich hatten wir ja auch gewonnen. Das ist nur... Keine Ahnung. Manchmal spinnt es ein bisschen. Probieren wir es halt noch einmal, würde ich sagen. Und wir gehen zuerst auf... Sturmfeil, dann auf Windknirscher und zuletzt auf den Reißzahn. Und am besten wir sammeln gleich auf die zwei Attacke von ohne Zahn und dem riesenhaften Alttraum. Also halt einmal schwächen, einmal stärken. Und... Nein. Geht dann nicht auf meinen niedlichen riesenhaften Alttraum. So. Und es über... Also, Sturmfeil überlebt natürlich. Wenn man mal wieder nicht sprechen kann, ne. Das ist auch wieder was, was ich immer sehr gut hinkriege. Och, komm, schauen. Wir foltern den neuen Schläfern. So. Ich wette, du greifst ihn jetzt hoffentlich nochmal an. Das wäre sehr schön. Ja, natürlich setzt du dieses Mal die Attacke nicht ein. Wow. Danke. Komm, und jetzt nochmal ordentlich Schaden auf den machen, damit ihr euch immer schön selbst angreift. Ja, sehr gut. Das sieht doch schön aus, wenn die sich so schön selber Schaden machen. Ja, der ist fast weg. Und... Was ist denn das? Jetzt geht er auf einen ganz anderen Kollegen. Gut, dann holen wir uns den Reißzahn jetzt noch komplett weg. Haben wir ja gleich geschafft. Der hat ja nicht mehr allzu viele Leben. Und dann noch mit ohne Zahl mit der Schwächungsattacke und dann soll der weg sein. Wir bekommen 30 Trophäen oder ein normales Paket. In Ordnung nehmen wir mit. Gut. Das wäre auf jeden Fall auch richtig nice. Vielleicht ziehen wir ja unseren Champion. Ich meine, wir haben die Möglichkeit jetzt. Wir müssen halt nur das Glück haben. Ich meine, letztes Mal hatten wir richtig viel Glück. Da haben wir gefühlt kaum Arena 3 sind wir gewesen. Schon hatten wir einen Champion. Wenn das diesmal wieder so klappt, wäre das schon nice. Ja, wie macht man das hier? Auf... Ohne Zahn, oder? Nee, auf Fleischklops. Fleischklops macht mehr Schaden. Und er gibt sich selbst Schwäche. Das ist doch sehr gut. Das ist doch sehr gut, wenn das so schön nach Planen funktioniert. Dann bitte jetzt nochmal Schwäche geben an den Kollegen. Nee, das war der falsche Kollege. Ähm... Gut, der hat überlebt wahrscheinlich auch. So, da gehen wir... Ey, was macht denn hier? Geht mal auf Fleischklops, bitte. Ne, das war nicht Fleischklops. Äh, wir machen das so, damit ist der Nächste weg. Und jetzt noch Hauversons Fluch. Bitte nicht die gute... Und natürlich setzt er jetzt die gute Attacke ein. Mann, ich hätte mir vielleicht doch das Schild geben sollen. Dann hätte das nämlich richtig schön selbst getroffen. Das wäre... Wenn Hauversons Fluch sich mit der Superattacke selber trifft, ist das doch wunderbar. Sehr gut, genau wie jetzt. Und es hat sich selbst... Also hat sich gleich besiegt. Richtig, richtig nice. So, dann... 30 Trophäen und ein normales Paket. In Ordnung nehmen wir auch mit. So, dann öffnen wir das Paket. Und komm schon, gönne jetzt ein Premium nicht, aber ihr wisst schon. Ja, ey, das kann man... Das ist nicht normal. Ey, wie kann man so viel Luck haben? Das ist das zweite... Ne, zweites, drittes Häuptlingspaket auf dieser Arena. Und wir bekommen sofort den Champion Erschütternden Rüttler. Ey, das ist unnormal. Einfach nur unnormal, wie lucky ich bin. Was diese Pakete angeht. Das war ja schon auf den anderen Accounts. Wir haben das sofort gezogen am Anfang. Das ist so nice. Na gut, aber dann haben wir jetzt wieder zu wenig Platz oben auf der Insel. Hä? Hier müsste auch genug Platz sein, oder? Ach nee, das ist ja nur 4x4. Puh, dann haben wir jetzt schon zu wenig Platz. Gut, dann geht der jetzt erstmal in den Keller. Und wenn wir mehr Platz haben, dann kann der hoch. So, dann gehen wir zu dir. Einmal nach oben, bitte. Ey, es ist einfach nicht normal. Ist so nice. Da ist er. Gleich am Anfang was Paket. Richtig nice. Sehr schön. Aber ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like und ein Abo da lasen, falls ihr es nicht gemacht habt. Und wir haben bald die 3000 erreicht. Würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und bis dahin viel Spaß. Und ciao Leute, man sieht sich.